Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch Herbstdeko machen. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon an anderer Stelle mal gesehen habt. Ich habe es auch irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, das war auf TikTok. Da habe ich was gesehen, wo ich dachte, oh, das finde ich persönlich echt schön. Kann ich mir auch gut vorstellen als Herbstdeko. Und was viel wichtiger ist, oh, das kriege ich vielleicht auch ganz gut hin. Und dementsprechend bin ich auf die Suche gegangen, was ich selber schon noch zu Hause hatte, was ich vielleicht noch dazu holen muss, um das eben zu machen. Und als Zutaten, sage ich jetzt mal, um im Kochjargon zu sein, braucht man Heißkleber und natürlich die dazugehörige Pistole, dann so ein bisschen Holz. Viele haben es auf so eine Art Holzstamm gemacht. Was ich jetzt so nicht machen wollte, das ist aber Geschmackssache. Ich habe nämlich bei Nanunana, ich habe es tatsächlich dazu gekauft, so ein Holzbrett gesehen, wo man halt auch so Deko reinmachen kann. Das war dann auch schön dekoriert da schon alles. Und ich habe mir noch ein bisschen Moos dazu geholt, weil ich hatte zwar noch ein bisschen was, aber es hätte jetzt nicht für das komplette Tablett gereicht. Und dieses, dann braucht man noch eine Lichterkette, am besten so eine kleine. Also ich persönlich habe jetzt nur eine, ich glaube mit zehn LEDs genommen. Es gibt aber auch längere, man kann es natürlich nur noch mit viel, viel, viel mehr machen. Ich fand es jetzt für mich aber zu viel und habe aber trotzdem noch eine Lichterkette dazu gekauft, wo so kleine Tannenzapfen dran sind mit LEDs dementsprechend. Fand ich jetzt für mich ganz schön und ich habe noch als Deko gehabt so einen kleinen Igel aus Porzellan. Und aber auch das ist alles Geschmackssache. Jeder, wie er Wasser schön findet, ich glaube, da hat jeder ein ganz gutes Bauchgefühl, was er da braucht. Und ja. Ja, währenddessen, wie ich jetzt schon gesprochen habe, habe ich angefangen, das Moos zu verteilen. Habe das auch vereinzelt ganz gut festgeklebt mit Heißkleber aufgrund dessen, weil so viel braucht man, glaube ich, nicht. Dadurch, da ich das wirklich nicht, dass es halt runterfallen kann jetzt. Es gibt ja andere Varianten, wie andere das gemacht haben. Die haben das, wie gesagt, an so einem Baumstamm und da könnte das natürlich runterfallen. Und das wäre jetzt bei mir nicht der Fall. Und ja, und dann bin ich an die Lichterkette gegangen und habe diese LEDs so hoch geformt, dass die halt stehen bleiben. Habe die dann auch dementsprechend mit ein bisschen Heißkleber fixiert auf dem Moos. Und also schön zusammendrehen, damit das halt wie so eine Art Stiel dann funktionieren kann. Probiert euch da mal ein bisschen aus. Ich habe mich dann auf sechs so eine Stiele festgelegt und habe die restlichen dann außenrum gepackt, damit halt dieses Brett in diesem Lichtermeer dann zu sehen ist. Wie gesagt, es hat so einen unglaublich schönen Lichtschimmer, gerade so für den Herbst. Der Herbst steht ja für Kerzen, für Lichterketten auch. Also nicht nur der Weihnachtszeit, sondern eben auch der Herbst. Der hat eben schon so seine Lichter, seine schönen Lichtreflexe, die man, glaube ich, kennt, auch wenn die Blätter bunt wären und so. Also sowas funktioniert dann auch relativ schön und kann da eben auch ganz gut funktionieren. Ich habe so ein bisschen versucht, so ein bisschen meinen Stil dann irgendwie zu finden, damit das funktioniert. Es gab LEDs, die wollten nicht mit mir spielen. Das war dann ein bisschen schwieriger, aber das war nicht schlecht. Ich hatte auch ein bisschen mit meinem Heißkleber zu tun. Das liegt aber auch ein Stück weit dran. Ich habe immer wenig Kraft in den Händen. Und diese Kraft ist natürlich dann nach einer Weile, wenn man immer wieder drückt und drückt, das habe ich irgendwann tatsächlich einfach auch weh. Das ist aber auch für jeden so ein bisschen Eigengefühl, glaube ich. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo mal noch eine andere kriege, wo halt das vielleicht ein bisschen leichter geht. Weil bisher habe ich immer einen riesen Bogen um Heißklebepistolen gemacht und dadurch schaut einfach mal, wie das am besten für euch funktioniert. Ich bin da kein Künstler und aber ja, ich habe es dann, wie gesagt, am Rand noch so ein bisschen rumgeführt, damit überall so ein bisschen Licht ist. Und das hat, wie gesagt, relativ gut funktioniert. Mich haben manchmal die Fäden von dem Heißkleber ein bisschen kirre gemacht, aber auch das hat dann ganz gut funktioniert und war dann für mich eine schöne Möglichkeit. Ja, auch die Lichterkälte, die ich außen hingelegt habe, habe ich dann so ein bisschen noch fixiert mit dem Heißkleber, damit es halt nicht hochkommt. Ich weiß nicht, wer vielleicht mein Epoxy-Tarts-Video mal gesehen hat, ist aber auch schon relativ lange her. Da habe ich so eine Silikonform auch mit einer Lichterkette und da sind die Lichterketten immer hochgekommen und konnte eben dementsprechend nicht so richtig festbleiben. Und ja, das war leider schade. Aber wie gesagt, ich glaube, damit habe ich es jetzt ganz gut gelöst. Ist jetzt auch schon ein, zwei, drei Tage her, wo ich es gemacht habe und dementsprechend sind sie auch bisher noch nicht wieder hochgekommen. Also da passte das ganz gut. Ja, und da dies ja jetzt so eine leichten Giftpilze, Fliegenpilze werden sollen, habe ich dann über die LEDs den Heißkleber gemacht. Und wer sich jetzt Sorgen macht, ob da irgendwas passieren kann, nein, es kann nichts passieren. Bei mir ist bisher nichts passiert, ich habe sie jetzt auch schon öfters angehabt. Also dementsprechend ist das alles gut und ihr könnt euch da ziemlich gut austoben. Ja, und dann könnt ihr das auch einfach genießen, was ihr dann Schönes gemacht habt. Ja, als nächstes habe ich mir ein Stück Backpapier genommen, kann man auch jederzeit nochmal nutzen. Ich würde es dann allerdings von der anderen Seite nutzen oder eben halt zum Basteln weiter nutzen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man eben auch mit Backpapier wirklich auch machen kann. Vielleicht zeige ich euch da auch irgendwann nochmal ein DIY. Und ansonsten kommen wir jetzt zu den Köpfen, nämlich von den Pilzen. Übrigens, das müssen übrigens nicht unbedingt Fliegenpilze oder Giftpilze werden. Es können auch braune Pilze werden, es können alles Mögliche werden. Also dementsprechend da lasst eure Kreativität gerne freien Lauf. Ich habe mich jetzt für die Giftpilze entschieden, also für diese Fliegenpilze. Und dementsprechend, wie gesagt, schaut da gerne mal, was ihr gerne machen möchtet. Ich habe, wie gesagt, mich dann eben für diese entschieden. Habe jetzt mit Heißkleber so eine Kleckse gemacht, was eben diese Köpfe halt sind. Schaut, wie groß ihr die wollt. Ich habe sie jetzt bewusst nicht extrem groß gemacht, aufgrund dessen, weil ich halt nicht ganz sicher war, wie hält es jetzt am besten. Also ich fand meine Größe jetzt sehr, sehr gut. Hat sich da jetzt optimal für gemacht. Sie sind nicht umgekippt, sie sind nicht wieder abgefallen. Ich hatte, glaube ich, nur zwei, wo ich auch nochmal ein bisschen Kleber nachmachen musste. Aber das war gleich kurz, nachdem ich das raufgesetzt habe. Und das, weil ich einfach zu wenig hatte. Und genau, die habe ich jetzt also trocknen lassen. Erstmal, also damit die schön fest sind. Und dann habe ich diese angemalt. Ich habe Acrylfarbe genommen. Ich habe es auch schon mit Nagellack gesehen, mit roten. Ich habe jetzt eben Acrylfarbe genommen, erst das rote angemalt. Und dann habe ich noch weiße Pünktchen drauf gemacht. Ich fand es jetzt, es hat ein bisschen Schmatter an den Händen gemacht. Vielleicht hätte ich auch Handschuhe anziehen sollen. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das war dann auch okay. Bei einem, warum auch immer, hat es jetzt nicht komplett so die Farbe genommen, wie ich es gerne wollte. Ich glaube, ich hatte auch einfach eine andere Farbton. Ich hatte ja jetzt zwei Rottöne mehr rausgesucht. Hatte mich dann aber für den einen helleren entschieden. Und wie gesagt, da hat jeder so seine Technik dann letztendlich. Es gibt auch unterschiedliche Farbtöne. Ich wollte ursprünglich eigentlich ein bisschen mischen. Was ich dann aber eben nicht gemacht habe. Also dadurch, ja, während ich jetzt male. Ich hoffe, euch gefällt das Video bis jetzt. Und habt vielleicht auch schon meine anderen Videos gesehen. Und würde mich tatsache sehr gerne über ein Däumchen nach oben oder auch über ein Kommentar freuen. Auch über ein Abo gerne dann so aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst auch. Weil das wäre natürlich schade. Ich sag mal, ich freue mich auch über jedes Abo. Aber eigentlich freue ich mich natürlich, wenn ihr auch gerne meine Videos schaut. Und diese dann halt auch gerne gut findet. Falls irgendwie gerne mal was irgendwie noch mal genauer gezeigt werden soll. Oder was ich vielleicht für euch einfach mal austesten soll. Schreibt mir das auch gerne rein. Es gibt ja so Techniken, die kenne ich vielleicht noch gar nicht. Oder ihr habt irgendwas gesehen. Und ihr wollt gerne, dass ich das mal ausprobiere mit meiner grobmotorischen Art. Ob das wirklich jeder kann. Ich finde ja immer ganz toll, wenn viele irgendwas zeigen. Und merke dann selber oft, ich kann es nicht. Und das ist dann für mich persönlich halt immer so, so schade. Ich würde so gerne irgendwie viele Sachen viel, viel besser. Ich glaube, manchmal liegt es auch ein bisschen an meiner Geduld. Dann eben auch an meinen kraftlosen Händen. Ich bin da leider so ein bisschen kraftlos unterwegs. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich sehr, dass ich da trotzdem immer für euch einfach auch ein bisschen Inspiration bieten kann. Ihr vielleicht die Sachen sogar noch schöner hinbekommt, als ich es jetzt habe. Und dadurch, ja. So, genau. Dann hatte ich so ein bisschen mit meiner Lichterkette gestruggelt, weil sie heute nicht angehen. Aber dieser An- und Ausknopf, der war irgendwie nicht so richtig zu. Aber so konnte ich dann zumindest schon mal schauen, wie sieht es aus, wenn die Lichter an sind. Und dann habe ich die ganzen Köpfchen angeklebt. Habe also auf die Unterseite so ein bisschen Heißkleber noch gemacht und habe es dann angeklebt. Es ging relativ gut. Es hat auch aufgrund des Heißklebers eben auch relativ schnell gehalten. Also dementsprechend war das für mich jetzt relativ einfach. Ich hatte auch die weißen Tupfen, die ich jetzt drauf gemacht hatte. Die waren jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht ganz trocken. Aber das war dann auch okay. Das Einzige, wo ich, glaube ich, immer so ein bisschen Probleme hatte, war diese Mitte zu finden. Dass dann eben die Köpfe auch so ein bisschen mit den Stängeln so in der Mitte waren. Ist auch Geschmackssache. Manche sagen sich, boah, ist mir egal. Muss man nicht machen. Und ihr seht schon, ich hatte richtig Spaß beim Ankleben. Nein, Scherz beiseite. Ich hatte auch hier wieder nebenbei mein Hörbuch an. Und habe mir das natürlich auch angehört. Und ich höre ja aktuell noch Hörbücher, die ich schon als Buch gelesen habe oder ähnliches. Weil das für mich viel, viel entspannender ist, wenn ich bestimmte Sachen gar nicht so konzentriert zuhören muss. Und dann einfach basteln kann. Und trotzdem noch weiß, wenn ich irgendwie doch meine Konzentration mal wieder aufs Hörbuch komplett mache, dass ich weiß, wo ich bin, was passiert ist. Und, also das kenne ich von Serien übrigens auch. Es gibt Serien, die habe ich gefühlt hunderttausend Mal schon gesehen. Und, genau. Aber, wie gesagt, das, ihr könnt auch Musik hören, ihr könnt auch was auch immer machen. Und ich finde es halt für mich immer sehr entspannt, wenn ich die Hörbücher höre. Und, ja, habe da also dementsprechend jetzt so ein bisschen meine kleinen Fliegenpilzchen gemacht. Habe dann auch ein, zwei Stellen mit dem Moos nochmal ausgebessert, wo ich das Gefühl hatte, da würde ich gerne merkwürdige Stellen überdecken. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Weil manchmal war das Moos da an einer bestimmten Stelle so ein bisschen braun. Dann habe ich da jetzt eben noch was drüber gemacht. Oder eben halt auch über die Stelle, wo halt die Lichterkette sehr rausgekommen ist. Also, wo die sehr zu sehen ist. Und dementsprechend war das dann für mich jetzt die schönere Möglichkeit. Ich habe es vereinzelt noch festgeklebt. Das war jetzt aber nur vereinzelt. Und habe dann auch schon mal meinen kleinen Igel mit ebenfalls so einem Fliegenpilzhütchen hingestellt, um zu schauen, wie funktioniert es. Ich habe den Igel nicht angeklebt. Ich weiß, dass andere ihre Deko dann ankleben. Ich bin aber der Meinung, ich versuche so zu arbeiten, dass ich bestimmte Sachen auch, wenn ich es irgendwann nicht mehr brauche oder wenn ich gerne andere Sachen machen möchte, diese dann einfach wegnehmen kann und nicht noch irgendwie schauen muss, wie kriege ich es jetzt am besten wieder ab. Und das Tablett bleibt bei mir stehen. Also dementsprechend passiert da nicht ganz so viel. Ja, hier packe ich jetzt meine Lichterkette mit den kleinen Tannenzapfen drumherum. Ich fand die Lichterkette wirklich schön. Also, die war jetzt von der Qualität ja auch nicht schlecht. Die habe ich bei Nanunana geholt. Und die hat einen Timer, was ich persönlich halt sehr schön finde. Man macht sie halt zu einer bestimmten Zeit an. Und ich glaube, nach vier Stunden geht sie wieder aus. Oder nach sechs. Ich bin mir nicht mehr hundertpro sicher. Aber dadurch war die für mich, ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, da jetzt das Ganze auch als Deko zu nutzen. Da kommt das Licht auch nochmal viel schöner. Und auch die Tannenzapfen geben halt dann dem Ganzen noch so ein Herbstfeeling. Es gibt ja auch immer so, was gibt es noch so Schönes, was herbstmäßig ist. Es gibt Blätter, die man entweder selber kaufen kann, was da übrigens auch eine schöne Art ist, sammeln kann, Entschuldigung, oder eben kaufen. Und dann gibt es so eine, ich weiß nicht, läuft das unter Vogelbeeren? Ich weiß es nicht genau. So eine Sträuchchen, wo dann eben diese roten Beeren dran sind. Und dann gibt es aktuell ja auch die Kürbisse unheimlich viel, weil ja jetzt die Kürbiszeit losgeht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Entweder holt man sich so ein bisschen, wenn man es zum Beispiel selber auch machen möchte, also sammeln möchte, kann man auch gerne sich irgendwie Inspiration im Laden holen und dann schauen, was man in der Natur so findet. Auch Kastanien gibt es zum Beispiel, die kann man da gut reinmachen. Das werde ich vielleicht sogar noch mit reinmachen. Aber jetzt aktuell in das Video natürlich nicht mehr, aber ich werde es bestimmt noch mal gucken gehen, ob ich vielleicht noch Kastanien finde. Und diese vielleicht mache ich auch ein kleines Kastanienmännchen. Habe ich schon viele Jahre nicht mehr gemacht. Wer kennt es noch? Wer hat da im Kindergarten oder in der Schule das auch gebastelt? Fand ich persönlich immer ganz schön. Und auch wenn sie halt irgendwann nicht mehr ganz so schön aussahen, aber erst mal so die Zeit, wo dann eben bestimmte Gesichter auch drauf gemalt wurden, glaube ich, hat jeder noch in Erinnerung. Also ich glaube, wer das nicht kennt, der war nie Kind. Also keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich fast fertig. Jetzt zeige ich euch dann gleich noch das Ergebnis. Nehme ich einmal im Dunkeln. Ich bin extra bei mir auf den Flur gegangen. Also falls ihr da irgendwie eine Tür oder was auch immer seht im Hintergrund, nicht wundern. Aber ich habe es dann, wie gesagt, noch mal euch im Dunkeln zeigen wollen. Und hier habt ihr das Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt. Und ihr macht es vielleicht auch nach. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche dann auch wieder. Und bis bald. Tschüss.